Ich muss Schwung haben, ich muss Schwung haben. Halbwiderd Pre-Tour, Tag Nummer 5 und somit der letzte Tag in meiner Heimatstadt in Basel. Und es ist ja die ganze Woche schon so abgegangen bei den Leuten, wenn ich ihnen meine Pre-Show gemacht habe. Also wird es heute in Basel, wo ich ja nicht einmal richtig unerkannt auf den Strom kam, wird es noch mehr abgehen, ich bin sehr gespannt! Hallo Fans! Ja hallo! Ich kann ja noch gar keinen Witz erzählen und trotzdem lachen dürfen! Wahnsinn, Musik klingt froh! Velokolleg, hey! 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 Hallo! Hallo! Na? Schau wieder! Hey! Danke Basel! Schön, dass du trotzdem weiter da sind! Wuh! Hey! 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 Tschau Pasqual! Alle! Alles klar? Entschuldigung, ich habe das gesagt. Wir haben keinen Platz. Was? Ich bin jetzt hier für mein Interview. Nein, Entschuldigung. Jetzt bin ich hier in Basel. Nein, Entschuldigung, du weisst, wie es läuft. Jetzt bin ich hier in Basel. Die ganze Woche hat mich keine Sauerkennung. Jetzt bin ich hier in Basel. Weisst du, wie viele Jahre? Ja, ich weiss. Ich habe dir diesen Job besucht. Ja, ich weiss, ich kann es auch ein bisschen ausgenutzen. Können wir uns das tun, Job? Für die Kamera? Nur für die Kamera? Für selber nicht. Hey! Hey! Cool, wie war? Sehr gut! Super, super! Gehen wir!